Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Sie werden jetzt folgende Kapitel bei uns sehen in diesem Film und zwar über unsere teilbaren Tauberer-Tandems. Für wen sind diese Tandems geeignet? Wem machen sie große Freude und für wen lohnt sich diese Anschaffung? Die Teilbarkeit werde ich Ihnen zeigen, wie man das auseinander und zusammen macht. Den Antrieb, den Browser-Antrieb, warum wir den eingesetzt haben. Die Schallungen, Novinci und Rohloff-Schallungen, die Bremsen werden wir Ihnen noch zeigen, welche Unterschiede es da gibt. Unser Tandem-Zubehör stellen wir noch ein bisschen vor. Brauchen Sie, irgendwas brauchen Sie davon, wenn es ein Spiegel ist. Wie die Sitzposition eingestellt wird, für wen das alles geeignet ist, wie weit der Sattel runter geht und so weiter. Und zuletzt begleiten Sie uns bei der Tandem-Fahrschule. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!